Ey, das müsste ja wieder der Nachbarraum sein. Okay. Ja, ja, ruhe dich ruhig aus. Ach du Scheiße. Okay. Da oben ist nix mehr. Ich befürchte, da müssen wir rüber. Oh yes. Okay, dann machen wir mal einmal nachladen. Und dann machen wir noch einmal Quick Save. Und dann müssen wir springen. Oh oh. Okay, nützt alle nichts. Wir müssen rüber. Ui. Ja. Geil. Das war schon nicht schlecht. Mal gucken, ob wir es noch etwas besser hinkriegen. Oh, ich kann mich dran erinnern in Half-Life 1. Das war auch so eine schwierige Passage hier. Oh, fahre ich mit dem Hochspringen. Ich glaube, ich mache mal lieber so. Oh, ju. Das gibt es doch gar nicht. Ist das schon zum zweiten Mal schiefgegangen. Egal, ob jetzt mit Waffe oder nicht Waffe. Ähm. Ja Mensch, was machen wir denn da? Aber ich versuche einfach mal. Jawohl. Äh. Halt dich fest. Ja, ich komme dir zur Hilfe. Du siehst, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ja, ich bin gleich bei dir. Anni, jetzt lass doch endlich los. Na? Was los? Nicht, dass ich den Vicky noch retten muss. Na? Ja, ich helfe dir. Ja. Na, jetzt noch ein bisschen. Ja, jetzt lässt die, die Kraft lässt immer mehr nach. Du merkst, wie der Schmerz in der Hand immer größer wird. Und du möchtest nur noch eins loslassen. Äh. Loslassen. Hm. Gott, oh Gott, oh Gott. Kann der nicht einfach mal wie ein Mann sterben? Okay, hier ist zu, 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 zu. Auch, wie fast alle Türen hier. Jetzt aber. Jawohl. Oh, ich dachte, wir hören ihn irgendwie noch aufknallen, aber. Oh, so. Das heißt, da sehe ich schon das Nächste, wo wir jetzt auch wieder springen müssen. Und bevor wir dasselbe machen wie er da gerade, speichere ich doch mal eben ganz schnell ab. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Und go. Ja. Was haben wir hier? Ups. Nein. Äh, ja. Nein. Nein. Lustig. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich hatte nämlich geguckt, ob wir da die Schalter benutzen können. Äh, können wir nicht. Das weiß ich jetzt. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, einfach mal nach oben geguckt. So, da haben wir. Oh, ein Fahrstuhl. Wir sollten hier vielleicht mal weggehen. Nicht, dass der gleich runterkommt. Äh, so wie jetzt. Mhm. Gut, ich wollte schon immer mal so in einen Fahrstuhl rein. Zack. Gut. Lade Daten. Ja, sehr schön. So. Jetzt sind wir am Fahrstuhl. Mal sehen, was uns gleich erwartet, wenn die Fahrstuhltür offen geht. Wen werden wir dort antreffen? Wir wissen es nicht. Wird es Hans Meiser sein? Keine Ahnung. Oh, oh. Feind in Sicht. Feind in Sicht hört sich nicht gerade kuschelmäßig an. Taschenlampe. Aus. Feind in Sicht. Oh Gott. Wir haben Feinde? Aha. Gut. Also das. Ah, da hinten ist ein Wachmann. Und der sieht sogar noch lebendig ab. Nicht! Stopp! Ich sag noch. Und ich sag noch. Äh, nicht, dass wir da hinten durchgemusst. Oh, ne, ich glaub nicht. Außerdem können wir immer noch durch. Nichts. Ähm, gucken wir erstmal hier. Nichts. Aber. Und noch einen kräftigen Schuss hiervon. Ah. Das tut gut. Ja, wir haben zum ersten Mal beides auf 100%. Also auch unsere Energie für den Anzug. Na, wenn das mal nichts ist. So, da haben wir nichts. Haben wir hier? Was? Silo D? Nichts? Oh, ich wäre doch so gerne in Silo D gegangen. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ah. Ach, genau, genau, genau. Die lösen, ähm, bei Kontakt. Genau, genau, genau. Das, äh, grüne war nämlich, äh, ne, äh, Sprengmine. Und die hier lösen etwas aus, wenn wir da durchgehen. Und so wie ich sehe, können wir das gar nicht verhindern. Nein. Wir können es nicht verhindern. Da sehe ich eine Selbstschussanlage. Puh. Das heißt, vielleicht, ich bin ja sehr geizig, aber vielleicht müssen wir die jetzt doch benutzen. Wenn ich jetzt wüsste, okay, wir machen mal eben kurz Quick Save. Wenn ich jetzt wüsste, ob das funktioniert, wenn ich durch den Zaun schieße bereits. Ja, die Frage hat sich ja übrigt. Es funktioniert. Und siehe da, die sind sogar auch ausgegangen. Sehr schön. Huch. Da gehen wir mal einen wieder höher. Nehmen wir die Waffe. Sehr schön. Also durch Zäune können wir schießen. Das wissen wir jetzt auch. Aber mal nachladen. Ja. Also, ich dachte, da wäre er gewesen. Eieieiei. Sind hier noch mehr Fallen? Na gut, wir werden es gleich sehen. Was? Haben wir irgendwas aufgehoben, was Neues? Wahrscheinlich... Aha, hier. Wahrscheinlich Muni. Ja, da sind Soldaten. Das sind Soldaten. Jetzt ist die Frage, weshalb sind die hier? Helfen die uns? Oder sind die gegen uns? Granaten. Das ist ja granatenmäßig hier. Explosiv. Halt, ich habe hier irgendwie so eine... Headcrop gehört. Wow, ich kann hell sehen. Die waren auch gar nicht da. Okay. Mal gucken. Was? Wo sind wir denn? Achso. Das ist übrigens die Selbststoßanlage, die wir gerade abgeknallt haben von da hinten aus. Also ich muss sagen, die andere Pistole, die wir haben, ja, die macht schon was her. Die hat schon ordentlichen Booms auf Lager. Ach du Scheiße. Komm her. Kommt. Putt, 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 putt. Das kann ich hier, glaube ich, besser machen am Boden. Ach komm, na, gut, dann komme ich. Was? Wo ist er? Okay. Noch jemand ohne Fahrschein? Aha. Da haben wir wieder die Sprengfallen. Moment mal. Können wir nicht nutzen? Schade. Nein. Auch nicht. Okay, ich glaube, hier haben wir alles. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Die schießen wir erstmal gekonnt aus. Und ich sehe schon, da müssen wir wahrscheinlich direkt durchlaufen. Genau, weil das jetzt hier durchgeht. Oh shit. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Gehen wir mal ganz hier in diese Ecke. Ducken wir uns. Okay. Das ging gut. Nachladen. Was ist das denn? Sieht ja so lila-mäßig aus. Können wir auch nichts machen. Ach, der ist vom Automaten. Nein. Scheiße. Ist das jetzt der Schatten noch von dem anderen? Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da noch einer gespawnt. Ach komm. Kann wie Katze. Okay. Überall Fast Food. Mich wundert das ja, dass die hier nicht dicker aussehen. Bei dem ganzen Fast Food Fraß. Ah, da können wir Energie wieder anzapfen. Tür ist offen. Ja. Aha. Sehr schön. Erstmal wieder Muni. Das reicht. Was haben wir denn hier? Chili. And Curry. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Ich esse sehr gerne scharf. Aha, aha, aha. Ja, äh, Beef Chili nehme ich dann am besten. Ja. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Was sind das denn? Ach so. Gut, ähm, nee. Ich glaube, hier ist nix mehr. Nö. Siehst du mal? Fast Food ist nicht gesund. Gut, dann gehen wir mal hierher. In die Tiefe. Oh je. Einmal Quick Save. Uh, 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 uh. Ah, da haben wir schon wieder eine Schussanlage. Ähm, ja, soll ich jetzt Experimente machen? Ach komm, weshalb? Ein Schuss reicht. Wahnsinn. Einmal nachladen. Ja, das ist ja eine richtige Wumme, die wir ja haben. Ist das eine 45er Magnum? Man weiß es nicht. Oh, aber der ist nicht weggegangen, weil da nämlich noch eine steht. Zack. Jetzt ist es weg. Mal erst mal hier gucken. Was haben wir hier? Oh, da wird wohl nichts. Was? Oh, nicht schlecht. Ein rosa Werkzeugkasten. Dass ich das noch erleben muss. Und das ist das für ein Mal der Kerben.